Haben Sie Interesse an Leben ohne Krankheit? Wer hat das nicht, werden Sie sagen. Sind Sie medizinischer Laie oder gehören Sie den Berufsständen der Heilberufe an, so können Sie zu unserem Symposium am 2. März 2019 in Bad Saru Ihr Wissen so erweitern, dass daraus für Sie selbst oder für die Ihnen anvertrauten Patienten Leben ohne Krankheit werden kann? Doch ich Ihnen mehr Informationen gebe, möchte ich mich denjenigen erst einmal vorstellen, die mich nicht kennen. Mein Name ist Dr. Werner Ulrich, ich bin klinischer Strahlenphysiker und ich vermittele Wissen an interessierte Menschen zu Leben ohne Krankheit, also zu besserer Lebensqualität. Zum diesjährigen Symposium ist es mir wieder gelungen, wertvolle Experten für Vorträge zu gewinnen. Das sind Experten, die in ihren Jahrzehnten oder auch nur Jahren des Berufslebens gezeigt haben und es auch täglich immer wieder beweisen, dass Leben ohne Krankheit möglich ist. Oftmals ist es nur eine Frage des erweiterten Wissens zu medizinischen Diagnostiken, zur Therapie oder auch nur zur Veränderung der Lebensweise. Und die Beantwortung dieser Frage, die kann Ihnen zum Symposium gelingen und darum geht es zum Symposium am 2. März in Bad Saru. Und dieses Wissen für oftmals vielleicht nur geringe Veränderungen der Lebensweise ist unbedingt nötig für Leben ohne Krankheit. Sehen Sie doch nur einmal, wie viele Menschen an chronischen Erkrankungen leiden. In unserer modernen und ach so bequemen industrialisierten Welt leben die meisten Menschen unter chronischen Erkrankungen und das bis zum Tode. Das muss nicht sein. Sehen Sie, die wild lebenden Säugetiere machen uns es doch vor, sie kennen chronische Erkrankungen nicht und haben ein ganzes Leben lang Glück und Lebensfreude. Davon können wir viel lernen. Lernen Sie zum Symposium am 2. März 2019 in Bad Saru Ihren Weg zu Leben ohne Krankheit. Wir Vortragenden aus Deutschland und aus der Schweiz können Ihnen bestimmt so manches Wissen vermitteln, was Sie vielleicht sogar sofort einsetzen können für Ihr Leben ohne Krankheit. Unverzüglich würden Sie damit bessere Lebensqualität genießen können. Deshalb bestellen Sie jetzt Ihr Ticket durch Betätigen des Buttons unter diesem Video. Bestellen Sie Ihr Ticket und nehmen Sie teil am Symposium in Bad Saru. Und ich kann Ihnen versprechen, dass im Hotel Esplanade eine Wohlfühl-Atmosphäre herrscht, die allein schon ausreicht, dass Sie sich lange, lange Zeit noch an den 2. März 2019 gern erinnern. In dieser Wohlfühl-Atmosphäre, da genießen Sie auch Service durch das Personal. Sie genießen ein wunderschönes Mittagessen und das ist schon eigentlich ein großer Gewinn. Vielleicht vermitteln Ihnen die Vortragenden des Symposiums gleich das Wissen, was für Sie der erste Schritt zu Leben ohne Krankheit ist, zu verbesserter Lebensqualität. Und Sie können es sofort umsetzen, denn ich kann Ihnen versprechen, die Vortragenden sprechen nicht über irgendwelche theoretischen Probleme, sondern alles ist sehr praxisbezogen. Übrigens kann ich aufgrund des Symposiums des vergangenen Jahres nicht nur von dem wunderschönen Mittagessen im Hotelrestaurant schwärmen und von der Qualität der Vortragenden, sondern das Symposium hatte und es gilt auch für das neue Symposium in diesem Jahr ein Alleinstellungsmerkmal. Es wird nämlich genügend Zeit geben, Ihre Fragen zu beantworten. Die Vortragenden haben genügend Zeit, alle Ihre Fragen zu beantworten. Und das ist eine Situation, die ich seit 1981 noch bei keinem einzigen der vielen Symposien, die ich selbst besucht habe, vorgefunden habe. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal, auf das ich sehr, sehr stolz bin. Ich würde mich freuen, Sie am 2. März in Bad Saru im Hotel Esplanat begrüßen zu dürfen. Betätigen Sie den Button unter dem Video. Sichern Sie sich Ihr Ticket für die Teilnahme am Symposium. Sichern Sie das Ticket jetzt, solange noch genügend Platz im Vortragssaal ist. Wir sehen uns.